Der Verein Veganizit, das vegane Kochteam, wurde 2015 gegründet, um auf Spendenbasis etwas für den Tierschutz zu tun. TV Waldviertel und Wissen TV ist heute in der Kremser Innenstadt, um Ihnen etwas über eine etwas andere Essensgewohnheit näher zu bringen. Wir sind hier beim Stand von Veganizit und haben die Obfrau des Vereins bei uns. Können Sie uns ein bisschen was erzählen, um was geht es hier? Also wir unterstützen mit dem diesmaligen Backsale das Tierparadies Schabenreit. Wir haben sehr viele, wirklich sehr, sehr, sehr viele vegane Speisen, sowohl pikant als auch süß, gebacken bekommen. Und ja, wir sind voll dabei. Jetzt würde mich interessieren, was ist der Unterschied zu einem Kuchen und einem veganen Kuchen? Also ein normaler Kuchen, wie man ihn kennt, ist mit Eiern, mit Milch und so weiter zubereitet, aber das Ganze geht auch ohne. Und gerade heutzutage, wo Massentierhaltung ein großes, großes Thema für viele Leute ist, kann man, man kann alles machen. Also man kann alles ohne Ei, ohne Milch und so weiter zubereiten und das wollen wir den Leuten natürlich auch jetzt schmackhaft machen. Wo kann man sich im Internet noch erkundigen, wie kocht man oder wie backt man das, wie bereitet man das zu? Also im Internet gibt es eine wahnsinnige Fülle an Informationen. Eine gute Adresse ist von unserem Vereinsmitglied von der Heidi Rechberger, Vegan Power Cooking. Da kann man sich wirklich absolut verlassen, dass das auch funktioniert, was man backt und wie man backt. Und das sind alles sehr gute Sachen. Und Ihr Verein ist auch auf der Homepage? Wir sind verlinkt auf der Homepage. Unsere Homepage ist veganizeit.at. Das blenden wir natürlich ein und dann wünschen wir dem Verein und Eurem Vorhaben alles Gute und viel Erfolg heute noch. Dankeschön. Der Stand in der Kremser Innenstadt war sehr gut besucht. Was sagt eine Käuferin der Produkte zur veganen Ernährung? Wir haben hier die Kerstin beim Einkaufen, beim veganen Einkaufen. Wie bist Du zu dem veganen Essen gekommen? Durch das Annehmen. Bin ich zuerst Vegetarier geworden und dann eben, weil es mich auch interessiert hat, zum Veganer. Und ja, mich interessiert das total und ich finde es total genial eigentlich. Und jetzt haben wir da den Wunsch, einen Eiersatz zu kaufen. Ich habe mich ein bisschen kundig gemacht. Ich habe selber Probleme gehabt mit dem Problem Ei. Was nehme ich anstelle? Was kann man da jetzt wirklich nehmen? Das ist mein Ei. Das ist ein sehr gutes Produkt. Es gibt eigentlich drei verschiedene. Es gibt das Eiweiß, das Eigelb und das Vollei. Wir haben jetzt eben das einmal da. Mit dem kann man alles machen. Danke für die Information. Ihnen wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim veganen Essen. Dankeschön. Wir haben hier, wie es der Zufall so spielt, zwei Damen. Beide heißen Anita. Das ist für mich leichter zu merken. Die eine Anita ist bei VeganEisit. Wie ist da der Zusammenhang zu Tierparadies Schabenreit? Ja, also unser Verein VeganEisit wurde im Februar gegründet. Wir haben eine Kooperation mit dem Tierparadies Schabenreit und veranstalten immer wieder so vegan Backsale. Also mit Backwaren, pikant, süß, wo der Spendenerlös zu dem tollen Gut, zu dem tollen Tierparadies Schabenreit nach Oberösterreich geht. Was ist das Tierparadies Schabenreit? Das Tierparadies Schabenreit ist ein etwas anderes Tierheim, wie ich immer so gern sage, im oberösterreichischen Voralpenland. Beherbergt auf neun Hektar. Knapp 400 Tiere haben wir aktuell. Also von 100 Katzen, fast 40 Hunde, Enten, Gänse, Hühner, Schwäne, Ziegen, Schafe, Pferde, Rehe, Pfaue. Also wirklich so quasi quer durch den Tiergarten. Und haben eine vegane Frühstückspension auch am Hof. Ja, unterm Strich, das macht das Ehepaar Doris und Harald Hofner seit über 20 Jahren mit außerordentlichem Engagement. Und genau, wir können an dieser Stelle bitte, wenn ich sage, Danke sagen, wie Ihnen das Team von VeganEisit, von der Heidi. Die sind ein Wahnsinn seit Wochen gebacken, Sponsoren aufgetrieben, damit das heute über die Bühne gehen kann. Wenn man sich informieren will, wo geht das? Über das Tierparadies, entweder auf unserer Homepage unter www.tierparadies.at oder auf Facebook freue ich mich auch sehr über Begleitung. Das wäre facebook.com.schabenreit. Sie ist schon angesprochen worden, es sind ja, wir haben uns selbst überzeugen können, eine Vielzahl von verschiedenen Speisen. Sind die alle selbst gemacht? Ja, also es ist tatsächlich so, unsere Damen, wir sind acht Leute im Verein, wir haben ganz viele Backhelferinnen, die haben die letzten Tagen, Stunden damit Zeit verbracht, in der Küche zu stehen, Tag und Nacht zu backen. Und unsere Leidenschaft auch hier wieder aufzeigen zu können an die Nicht-Veganer, wie toll diese Sachen schmecken ohne Ei-Milch, ohne tierische Produkte, wie gut das einfach schmeckt. Ja, zu diesem Schlusssatz möchte ich jetzt gar nichts mehr sagen. Ich möchte mich an dieser Stelle von dem Verein VeganEisit und vom Tierparadies Schabenreit verabschieden, von Ihnen zu Hause ebenfalls. Und würde mich freuen, wenn Sie wieder zusehen bei einer neuen Ausgabe von Wissen TV On Tour. Dankeschön.